Ich bin ein unverbesserlicher Optimist. Mein Optimismus beruht auf dem Glauben an die unbegrenzte Fähigkeit des Menschen, Gewaltfreiheit zu entwickeln. Denn je mehr du sie in dir entwickelst, desto ansteckender wird sie, bis sie sich zunächst deine Umgebung und dann schrittweise der ganzen Welt bemächtigt. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Wache dich auf und wer dir liegt, und werde Licht, denn dein Licht wohnt. Wache dich auf und werde Licht, und werde Licht, denn dein Licht wohnt. Wache dich auf und werde Licht, und werde Licht, denn dein Licht wohnt. Wache dich auf und werde Licht, und werde Licht, denn dein Licht wohnt. Wache dich auf und werde Licht, und werde Licht, denn dein Licht wohnt. Wache dich auf und werde Licht, denn dein Licht wohnt. Vielen Dank.